Ein Ford Transit mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Drei Personen haben in diesem großen weißen viertürigen Transporter Platz. Der Transporter verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Servolenkung, Wegfahrsperre, Airbag und noch vieles mehr. Der Diesel hat eine Leistung von 101 PS und wird über ein 6-Gang-Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 20.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Ständig 1000 Ford auf Lager 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 Ständig 1000 Ford auf Lager